Guten Tag meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu einem neuen Video von... Guten Tag meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute machen wir etwas, was noch nie dagewesen ist. Und zwar werden wir einen Telefonwettbewerb... Wir haben noch kein Name für das Spiel. Wir werden heute einen Telefon... Einen Telefonstreichwettbewerb machen. Der große Telefonstreichwettbewerb... Herzlich willkommen Freunde zu einem neuen Video von uns. Herzlich Willkommen zum großen Telefonstreich. So, worum es heute geht? Wir haben uns drei verschiedene Firmen oder Menschen gesucht, bei denen wir jetzt nacheinander anrufen werden. Also pro Person drei verschiedene Firmen. Dazu hat jeder eine Liste mit zehn Wörtern geschrieben. Diese zehn Wörter müssen abgehandelt werden. Plus es gibt ein Ziel, was jedes Telefonat hat. Beim Erreichen dieses Ziels kriegt man fünf Punkte. Für jedes einzelne gesagte Wort kriegt man einen Punkt. Es gibt eigentlich gar keine Regeln, außer man darf am Anfang natürlich nicht alle Wörter drauf los. Ist eigentlich selbsterklärend, ihr werdet es jetzt auch verstehen. Viel Spaß. Baumarkt. Ich muss meinen Baumarkt anrufen. Also wir wissen voneinander nicht, was wir für den anderen ausgesucht haben. Lies mal laut vor, die wollen das ja auch machen. Krass. Okay, Ziel, also Baumarkt. Das Ziel ist, du wirst als Schimmelbeauftragter eingestellt, da du beim Einkauf Schimmel auf dem Boden gesehen hast und diesen für 50 Euro die Stunde kostenfrei entfernen möchtest. Nein, ich habe nämlich, deswegen habe ich das beides geschrieben. Entweder 50 Euro die Stunde. Okay. Und ich habe mir gedacht, okay, das ist vielleicht zu schwer. Dann sagen die eher nein. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann lässt die ihm halt das kostenfrei. Okay, die zehn Wörter sind grün, lecken, spucke, Fußpilz, Wasser, Honig, Kitzeln, Holz, Reiten, Tick-Tock. Okay, passt auf. Mega perfekt, schon mal der Anfang. Ich habe mir das schwerste Wort nämlich gerade rausgesucht. Ja, schönen guten Tag, Honig, mein Name. Und zwar geht es darum, ich wollte Sie nur darüber informieren, dass ich letztens in der Holzabteilung bei Ihnen grünen Schimmel gesehen habe. Also dieser Schimmel der Fußpilz, der Fußpilz verursacht. Ich habe da mal versucht mit Spucke und Wasser den schon wegzumachen. Aber da wollte ich nur sagen, das geht nicht. Den Schimmel konnte ich nicht rauskitzeln aus dem Boden. Das ging nicht. Genau, ich würde Ihnen natürlich auch direkt anbieten, da ich schon einige Erfahrungen auf TikTok habe, dass ich den Schimmel auch einfach für Sie wegmachen kann, kostenfrei. Ich habe eine Schimmelentfernungsfirma. Und das umachten ist nochmal ein, zu rufen, wenn die Vialetten wieder da ist. Ja? Ja, ja, aber das, hören Sie mal, das ist ganz, ganz, das ist nämlich ganz, ganz einfach. Das kann ich, ich reite den Schimmel förmlich weg. Wissen Sie, ich mache das schon so lange. Ich muss da einmal drüber lecken und zack, ist er weg. Zack, ist er weg. Ja, ich mache das, bitte. Soll ich das machen? Dann würde ich am Montag einfach vorbeikommen. Genau. Mach ich. Was? BAMS! Alter, was ist los? Was ist los? Ich habe alles, alles abgeschlossen. Und du hast das Ziel. Ja, ich meine, ich reite da am Montag den Schimmel weg, Leute. Da könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber die hat einfach mitgemacht. Wie cool ist die denn? So, du bist dran. Du rufst jetzt in einem Blumenladen an. Ziel, schaffe es eine gewisse Menge Rosen zu verkaufen. Wörtersinn, Tulpensalat, Brechrosen, Wikinger-Suppe, Kock wie das Glied. Das wollte ich noch einmal hören. 34 Kilogramm, Feilchen, Schlägerei, Vulverblüte, Zähbehaarung, Supercalifragilistisch-Expiali-Getisch. Viel Spaß. Wie verkauft man denn was? Du, ich habe jetzt einen Auftrag für Montag. Schimmel entfernt, ne M***ung. Ja, du bist aber auch einfach, weiß ich nicht. Das ruft einfach an und bin spontan. Alter, keine Ahnung. So, die letzten Damen. Kock wie das Glied, guten Tag. Ich wollte mal nachfragen. Ich habe ganz tolle Brechrosen und würde die ganz gerne verkaufen. Ich wollte da mal fragen, ob sie da noch welche benötigen, ob sie da Interesse dran hätten. Weil die Vulverblüte ist... Hm? Sie haben keine Interessen. Sie haben keine, Entschuldigung? Ja. Ich habe sie nicht verstanden. Ich meine, Sie haben keine Interessen. Ach so, Sie haben keine Interessen. Okay, weil sonst hätte ich auch noch Pfeilchen. Die habe ich in der Schlägerei nämlich benutzt. Die brauchen nichts. Okay, das ist wirklich super fragilistisch, expiali-getisch. Aber dann wünsche ich Ihnen noch eine gute Zähbehaarung. Okay, danke. Tschüss. Das wünsche ich Ihnen noch eine schöne Zähbehaarung. Ich kann nicht mehr. Dafür kriegst du einen Bonuspunkt, Alter. Ich habe noch Pfeilchen anzubieten. Die habe ich mir in der Schlägerei geholt. Ich kann nicht mehr... Ich kann nicht mehr... So, next one. Du bist gerade nicht. Spargelbauer. Verkauf mir deinen Roboter fürs Spargelstechen. Auch ihr Dorfmenschen, ne? Ihr seid mir ein Völkchen. Wörter sind grüner Spargel, Barack Obama, Schnürsenkel, Popeln, Rücken, Exklusiv-Quantität, schlechte Qualität, Fingernägel, Bruch. Das schaffe ich. Los geht's. Von wem habe ich das? Vom Ortsversteher. Danke. Ja, schönen guten Tag, Schnürsenkelbernahme. Ich habe vom Ortsversteher Ihre Nummer. Und zwar geht's darum, wir sind eine Firma, Startup, wenn man so will, wir verkaufen Roboter für Spargelstechen. Und da wollte ich mal fragen, ob Sie daran Interesse hätten, so generell schon mal. Wir verkaufen Roboter für Spargelstechen. Ja, genau, genau, genau. Also das ist primär für... Also Grünspargel wäre es perfekt. Das ist halt jetzt im Moment noch halt quasi exklusiv. Dadurch ist die Quantität halt einfach viel, viel höher in geringerer Zeit beim Stechen. Kann ich so sagen, das ist... Also wirklich jeder, jeder Spargel hat einfach eine Wahnsinnsqualität. Schlechte Qualität ad, sage ich da nur. Der popelt hier einen Spargel nach dem anderen raus. Das ist der Wahnsinn. Ich weiß ja nicht, ob Sie da jetzt großartig Interesse dran hätten. Generell schon mal. Ja, im Grundsatz interessiert mich immer alles, was die Spargel anbaut. Ja, beim Spargelstechen ist ja echt immer auch ein Problem. Rücken der Fingernagel, wie nennt man das? Nagelbett oder so. Das ist, wenn da nämlich... Da entstehen einfach auch keine Brüche mehr. Aber wenn ich ja so abends für Phil nach Neunten vertriebe für Spargel... Ja, wie sagt Barack Obama so schön? Wer den Spargel um... Wer den Spargel um neun Uhr nicht ehrt, der ist das Spargelgerichts nicht wert. Das... Brr! Hat er auch schon damals gesagt, das ist äh... Gott hab ihn selig. Im Moment bin ich ähm, nicht zu Hause. Ja. Nix übernichtliche Woche wieder. Okay. Dann muss ich nochmal kontaktieren. Ja, machen wir das. Dann verbleiben wir so. Aber wie gesagt, grundsätzlich Interesse besteht, ne? Ja, ja. Man... Interesse besteht immer. Okay, super. Dann, äh, auf wieder. Noch ein chiller Abend, jo. Schnürsenkel out. Boah, ich hasse Roman. Was soll denn das alles? Nummer zwei full. Bams, alter, krank. Oh, ich bin... Ich bin heute on fire, sag ich euch. Ich bin heute on fire. Ja, okay, liebe Katha, ähm, deine Aufgabe wird es jetzt sein, bei, äh, einer großen Pizzakette, wer isst die wohl, anzurufen und du musst der Filiale versuchen klarzumachen, dass alle Filialen nach Neukölln ziehen müssen. Alle Berliner Filialen von dieser Pizzakette müssen nach Neukölln. Warte, stopp. Alle Filialen, die in ganz Berlin verteilt sind, müssen jetzt nach Neukölln. Das geht doch gar nicht. Ich hab so einfache Sachen genommen, ja. Denk dran, du bist die Vorgesetzte. Du bist von denen, die da gerade mit dir telefonieren, du bist die Vorgesetzte. Das war ja viel einfacher gewesen. Die Wörter sind Ratten, Eisbären, William Shakespeare, Victor Domino, äh, vegane Händchenpizza, find ich auch lustig, 14 Millionen pesos. Fußpilz, 614 Beschwerden, Insolvenz, lukrativ wie nie zuvor. Viel Spaß bei Pizza Berlin Mitte. Schönen guten Tag, äh, Sekretariat von Victor Domino, ähm, sind Sie der Filialeiter? Nein. Ähm, ist der in nächster Nähe? Ich müsste was mit dem besprechen. Äh, der ist eigentlich seit beides zu Hause. Dann, ähm, würde ich das so machen. Ich erzähle Ihnen das einfach schon mal, was ich, äh, sagen muss. Und, ähm, Sie geben das dann einfach weiter. Ähm, und zwar ist es so, dass, äh, es wird so sein, dass alle dumme Filialen, ähm, nach Neukölln quasi umziehen müssen. Wir haben 614 Beschwerden gekriegt, alleine von ihrer, äh, Filiale und, ähm, uns droht jetzt halt langsam die Insolvenz und deswegen wollen die, äh, Eisbären, wollen uns jetzt, äh, umgerechnet so 14 Millionen pesos, äh, geben, damit wir, äh, einen, quasi einen Standpunkt, einen Standpunkt für alle Firmen in Neukölln, ähm, eröffnen können. Und das ist dann halt für die Firma lukrativ wie nie zuvor. Ja, deswegen, äh, wollte ich da einfach den Filialeiter informieren, dass wir in den nächsten Monaten da nochmal, äh, auf sie zukommen werden, um dann auch die, äh, Filiale auf Raten zu testen, damit wir wissen, oder Fußball zum Beispiel, äh, damit wir wissen, ob wir die Filiale dann weiter vermieten können. Es wäre ganz cool, wenn Sie das einfach Ihrem, Ihrem Filialeiter sagen würden. Und dann habe ich aber noch eine Frage, äh, nur wurde, ich habe, äh, letztens so einen Roman von William Shakespeare gelesen und, ähm, der hat schon von vegan gesprochen. Deswegen wollte ich fragen, ob ich mir heute Abend noch eine vegane Händchenpizza bestellen kann. Geht das bei euch auch? Vegane Händchen? Ja, vegane... Ähm... Okay, ähm, wissen Sie was? Ich habe gerade selbst gemerkt, das ist ein bisschen dumm. Ähm, deswegen geben Sie das einfach weiter an Ihren Filialeiter und dann melde ich mich ja einfach nochmal. Ja, klar, einfach nochmal. Okay, danke, tschüss. Hahaha, voll gut, Alter. Ey, ab Anfang warst du so krass im Flow. Du, so die Eisbären verlangen von uns 14 Millionen Pesos. Ey, Digga, ich hätte es dir nicht geglaubt, so. Ich glaube, ich habe auch geglaubt. Okay, okay. Die Eisbären wollen von uns 14 Millionen Pesos. Motherfucker, das können die kriegen, Alter. Richtig geil. Und dann wusste ich nicht, ob 614 Beschwerden ist, das ist viel für alle Scheiße. Ja, ja. Ja, 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 was geht ab, Freunde? Das war es mit dem ersten Teil vom Video. Ich habe dann wieder das Outro vergessen. Also, was heißt vergessen, wir hatten einfach so viel Videomaterial, dass wir daraus zwei Videos machen mussten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Das zweite Video wird auf jeden Fall ein richtiger Banger. Wir mussten unsere Eltern anrufen und denen vorgaukeln, wir wären im Gefängnis. Jo, das kommt am Sonntag raus. Stay in love, friends. Küsselchen aufs Rüsselchen. Und Peace. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.